Hi, willkommen zurück bei Shadowrun Dragonfall. Gut, dann geht es jetzt ans Geldausgabe, würde ich sagen. Oder zumindest gucken wir mal, ob es noch ein paar hübsche Augmentierungen gibt. Ich befürchte für den nächsten Auftrag, da müssen wir gut ausgestattet sind. Nehme ich doch mal an. Im Zweifelsfall nehmen wir den Hund mit. Und der kann sie dann, naja, obwohl der Dolphins wahrscheinlich eher ablenken, der man mit einer Schmuse will. Könnte ich mal vorstellen. So, Medical Supplies, weiß ich gar nicht. Habe ich noch alles? Ich brauche auf jeden Fall Cyberware. Das heißt, ich würde gerne Han. So, was haben wir dann alles? N-Dodge und N-Quickness. 8 HP, N-Quickness und N-Dodge. Das ist auch nicht schlecht. Das da brauche ich mal nicht. Das da brauche ich mal auch nicht. Und das? Nö, das brauche ich mal auch nicht. Das ist natürlich nice, das da. Muscle, Muscle Argumentation. Nö, nicht wirklich. Data Check brauche man nicht. Das da ist doch nice. N-Armor. Das da ist wirklich schön. Toxic Exhaler. Nö, Close Range. In Close Range habe ich irgendwie keine Lust. Oder da. Das ist nicht so gut. Wobei ich nicht weiß, was der für eine Reichweite hat. Wenn man eine Schrot finden, sind wir doch abends ein bisschen näher dran. Ach, das ist so schwer. Oh Gott. Ich habe immer auch so ein kleines Problem damit, dass ich mal hier quasi ein kompletter Arm entfernen müsste. Ich weiß es nicht. Haha. Was haben wir hier? Das ist 0,56% Profit. Ach, cool. Du kannst nicht filtere, was es was, was Slot gibt. Na, das ist nice. Das ist cool. Das gibt es nicht. So muss ich jetzt mal durchgucken. Das ist eigentlich, ne. Intelligence brauche ich jetzt eher nicht. Das haben wir einfach Body. Das Door ist schön. Das Door gefällt mir aber auch gut. Throwing Weapons habe ich gar nicht, aber ein Dodge und ein N-Movement, das ist nicht schlecht. So ist natürlich richtig stark, dass du zwei Armour und ein N-Body. Adds one movement. When triggered, you will dodge the first attack against you each round. Wow. Was ist 5000, aber ich nenne mir Handsgeld, jo. Nicht schlecht. Also es ist halt schade. Muss ich mich jetzt für Ends entscheiden? Das ist schwer. Das wäre auch nicht schlecht. End Charisma. Einfach so. Das kann man bestimmt auch gut gebrauchen. Jungs, ich wäre es nicht, dass es alles so ist. Ich will alles haben. Aber irgendwann müssen wir uns mal entscheiden. Nämlich End Charisma. Ah, das Door gefällt mir aber auch richtig gut. Komm, das dooflich an. Was will ich haben? So, das kostet uns 5000. So. Ah, Endmovement ist schon richtig nice. Die Spezialfähigkeit ist auch nicht schlecht. Wow. Oder doch lieber. Da lieber das, das ist billiger und N-Armor. Moment, aber das doch kostet die Hälfte von dem. Da haben wir nur N-Rüstungspunkt. Und hier haben wir in Movement und auch diese Spezialfähigkeit. Ne, ich nenne das, weil das will ich einfach probieren. Was gibt es denn für die Bän? Irgendwie Bioware wäre nicht schlecht. End Dodge End Quickness. Das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Cyber Lake will ich jetzt auch nicht tanzen. Ist das do? Ne, ist dasselbe. Ähm. Das do brauche ich nicht. Das do auch nicht. Was gibt es denn noch für Bioware? Ne, das ist Auto Injector. Ne. Hm, das do ist aber nice. Das kann ich aktivieren. Da steht nichts für Myculton. Ich kann das aktivieren. Dann kann ich besser zielen. Und ich stecke weniger Schade in. Ist das jetzt einmalig oder immer wieder? Ich nehme an, immer wieder, oder? Damage is reduced by a 3. Oh, äh, Moment. Was? Achso, incoming damage. Hm. Ne, da würde ich das doll lieber holen, oder? Das solle mal. Wer ist denn so ein Cyberarm? Das brauche ich nicht wirklich. Die Stärke ist, hm, ne, eher nicht. Das würde mich 2.000 kosten. Das wäre dann wirklich ziemlich defensiv, wo ich aufgestellt wäre. Das soll ich doch lieber, lieber da was Billigeres holen, oder vor, was verarmen, Unbein. Und das könnte man nämlich auch überlegen. Ich glaube, das mache ich auch. Das ist doch so gut. Das ist so gut. Komm, egal. Ich hole das Ding. So. Jetzt sind wir halt ein bisschen defensiver. Confirm. Ja, ich zaubere eh nicht. Machen wir einfach mal. So. So, jetzt sind wir höchst stark mutiert. Kann ich eigentlich in mein Inventar, in Gug, äh, Karma. Da warte mal noch ein bisschen. Medkit könnte ich eventuell noch in der 2 hole. Medical Supplies. Okay. Advanced, Advanced. Bisschen relativ billig. Da hole ich mal zu. Oh, okay. Doch, wir haben jetzt genug. Alles klar. Das ist, das sieht gut aus. Confirm. Gut. Jetzt sind wir extra profimäßig ausgerüstet. Und dann können wir doch wohl seine Auftrag annehmen. Oder, was heißt das? Annehmen, Ausführung. Wir haben die ja schon angenommen. Dup, di dum. Ab in die U-Bahn. Ich bin gespannt, was das wird. Ach, der arme Hund muss wieder allein zurück. Und das ist doch grausam. Assemble Team. Genau. So, ich brauche auf jeden Fall Dagger. Das wird gewählst dran vorbei. Die Eiger. Was soll ich mit... Ah, das ist halt... Battlefield Medic. Ich meine, die Eiger, die ist halt mit der... Ist halt richtig stark mit ihrer, ähm, mit ihrem Scharfschützengewehr. Das ist richtig gut. Die Diedrich nehmen wir auf jeden Fall mit. So, als Supporter. Die ist halt ziemlich stark. Und die Glory... Ist auch so stark. Die hat einen Haufen Mad Kids. Aber ist halt... Hat halt nur Nahkampf. Aber die hat ein paar coole Skills. Äh, nee, Moment. Äh. Was soll ich jetzt eigentlich... Was soll ich die Wackies Skills angucken? Wow. Ausgestattet. Äh. Weil ich glaube, ich nehme wieder die Eiger mit, oder? Das hat doch eigentlich relativ gut geklappt. Die hat noch eine Granat. Und vor allem, wenn die mit dem Scharfschützengewehr trifft, dann ist einfach nur... Das kann nicht mehr schief gehen. Das kann nicht mehr schief gehen. Okay, also. Was ist denn das hier? Eine Flashbank, die will ich nicht. Ich nehme lieber noch Medikit mit. Ich habe hier meinen Granatwerfer. Das ist gut. Soll ich drei Granate oder lieber, ich mach die weg, ich nehm lieber noch ein Madkit mit oder soll ich irgendwie mal sowas mal inschmeißen, oder lieber ein Madkit. Komm, nimm mal lieber ein Madkit mit, ich habe es jetzt immer gebraucht, zwei Granate ist gut, der gute Blitz hat noch Platz, was kann ich in dir noch Gutes tun? Wow, drei AP und zwei Movement, das ist richtig gut. Dann nehmen wir noch ein Trauma-Kit mit, wäre vielleicht nicht schlecht und ein Aneuromedic-Kit mit. Kann ich die eventuell, die ich rot finde oder gebe? Ist halt die Frage, wie gut du damit schießen kannst. Dietrich, du kriegst auf jeden Fall Madkit. Basic Madkit kannst du auch noch mitnehmen. Das sehe ich schon gut. Granate kannst du doch bestimmt A werfen, oder? Ah, ich könnte nur ein Slot platzloser. Die Eiger, die könnte noch definitiv eine Granatfahrt ran und auch noch ein Madkit. Komm, das ist doch, denke ich, okay. Destroy the Comlink-Software. Passing to some. Äh, wo ist mein Team? The rest of your team is waiting for you. Outside the office park. Uh, das hat man keiner gesagt. Hier ist zu. Wow. Was ist denn das jetzt? Äh, jetzt soll ich speichere, ich muss keine gucken, was abgeht. Sneak up behind him. Oh, okay. Okay. Äh, ach scheiße, das können wir gar nicht machen. Break his neck? Ne, das ist bestimmt nicht gut. Wir testen, wo was abgeht. Was? Okay. Ja, die schicke mal muhen. Crunch time. Uh, enkama. Wow. Okay. Äh, ist das denn schon irgendwas? Ne. Uh. Durchsuchen mal einfach muhen. Super wiser Mr. Steven Williams. Ähm, das kann ich leider nicht öffnen. Schade. Terminal. Ne, da. Äh, könnte man nichts machen. Leider. Aber wir können, äh, noch paar andere Sachen anklicke. Äh, Kalender. Okay. File cabinet. Ähm, pff. Okay. Whiteboard. Lucy B. Day. Newsday. Oh, not forget. Okay. Oder irgendwas? Ne. Da war doch irgendwas orange. Ach ne, das war nur die, ja, diese Blase hier. Schade. So, was passiert denn eigentlich, wenn man in die, in die Türe hier rin gucke? Oh, ne, 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 ich gehen wieder. Das ist mein Geheuer. Ja, 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 so do. Ne, 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 die fange krachern, das will ich eigentlich net. Locked, locked. Passiert hier irgendwas? check in naja ich wohl eher nicht lockt ok da werden wir auch so hinkommen ok needs to weigh check to complete kann ich hier was machen eigentlich eher nicht oder nein da kann ich nichts machen das sollte ich alles schon abgegrast was wie gar nicht gut aus mir ist da an der alarmtafel jaja mir passiert nicht wirklich drin das ist wo machen wir das dass du glaubst uns doch eh nicht das unwahrscheinlich dass du will ich nicht wirklich naja dann wäre es sicherlich was vor ist ich weiß noch ob das da eine U fällt also schwer was tun wir und das will ich eigentlich nicht machen ist der Wettbewerb sicher schüssen oder soll man probieren was was oh das war nicht gut ok ok das hat sie scheinbar in geschüchtert ich würde sagen machen wir lieber mut das hier weil dann wäre sie sofern sie irgendwas macht ist sie dran ok alles klar noch ein karma wird sogar karma wenn man leid bedroht ach gut wir haben doch jetzt unser profi hacker dabei er kann doch bestimmt hier wird machen äh äh dekka wir haben nur einer dabei also muss der so ähm da haben wir nichts weiter also gut da sind wir wieder in der matrix ah das ist die executive tour interessant so ähm ich würde sagen attacker esp würde ich sagen machen wir mal wo das so mein freund gehen wir hier hin und wo 50 äh gerade nur angefangen äh stimmt der trifft nix aber er wird getroffen äh nicht so schlimm was haben wir dann hier nur suppression blast äh wie ist der da drin probieren wir mal ne war leider nicht drin das war blöd erosion nicht gut gut ähm immer noch eins okay dann ein zweiter probieren wir mal so schießen gleich ne also hier ist es ziele schwerer als ein excom charging und das wäre schon eher lost das mal finde ich nämlich uncool so fein dann 2 70 sehr schön ich kann immer noch sehr schön jetzt wäre hier 50 dann habe ich noch mal treffen yo wunderbärchen 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 dann können wir das ding direkt mal hacken ähm okay das haben wir gemacht dann würde ich sagen gehen wir nochmal zurück ähm pff joa joa kommo nur hm ist ja die frage ob wir jetzt wirklich dieses programm gebraucht haben der wesen das ist eigentlich für monsnomo irgendwo in sorge müssen haben wir das dann noch oder naja das sehen wir dann executive door wow 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 show your id ähm pff mir versuch es mo oh okay ähm wow 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 ey hallo was machst du du hast dich klein ähm durch wird sahen ich geh nur hier hin und das sind 4 stück okay hmm eiga kannst du schon was machen oh ja checkpoint drone security drone das siehst du nicht ich sehe damage eventuell kriegst du elektropor das ist ziemlich unwahrscheinlich dass du so eiga das hat nur noch ends was kann denn die blitz machen ich nur grad gucke des kann aber nur noch äna kille Okay, warte mal, Moment, was kann ich denn alles schönes machen? Granat will ich jetzt nicht unbedingt verschwenden, Whiteload, treffe ich dann die Hünder denn noch. Müssten wir mal probieren. Ne, leider nicht. Der gute Blitz. Ich glaube, ich muss hier irgendwie mit Deckung gehen. Okay, der ist kaputt. Das ist schon mal gut. Dann Kanschluch. Sehr schön, Dietrich. Ich bin hier total flankiert. Das finde ich nicht so brall. Hast, wann wo das ist? Die Eiger darf jetzt nur noch mal auf die schließen. Dann haben wir nämlich die Drohne schon mal weg. Das haben wir ja erfasst. Klar, das ist aber noch recht positiv. Das wäre AP weg. Das ist unpositiv. Die Hot Up ist mal recht. Das ist ungut. Das ist total ungut. Ich kann auch Kanade schmeißen. Hier Hushis. Ähm. Ich geh mal hier hin und kannst du... Ne, jetzt kann ich nur mich drum rum machen. Schade. Hm. Wow. Das ist uncool. Was macht denn die hier? Die schockt mal drum rum. Ist auch gut. Ansemara. Krieg ich denn hier? 50%? Achso. Ich müsste die Schrotfen holen. Wow. Och ne. Eigerbeam. Was war denn das jetzt? Genau. Dietrich. Du mischt jetzt... Ähm. 55. Ähm. Was ist denn das? Pinning hit. Wincent target. Unable to move. Wow. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Sehr schön. Er hat was Falle gelöst. Oder wie sieht das aus? Ähm. Ach Mist. Ich hätte keine Heile. Verdammt bin ich doof. Ne, das hätte ich gerne nicht machen. Das braucht zwei. Was ist denn das? Alter, alter, alter. Blitz ist wieder da. Ist schon mal gut. Ähm. Sprich, wir müssen jetzt... Oh ja. Security Guard. Security Rigor. So. Ähm. 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 Eiger. Was kommst du denn du, Maurer? 12 Damage. Wow. Aber reicht noch nicht. Heist. Ganz einfach. Nein. Der lebt immer noch. Verdammte Axt. Ah, stimmt. Haha. Der hilft uns. Hihi. Oh, das ist so gut. Was der macht, bestimmt. So, das bin ich wieder fit. Ähm. Sehr schön. Der ist platt. Blitz geht mal. Blitz geht mal hierhin. Und markiert mal Security Guard. Ach Mist. Ich kann es nicht bringen. Zack. Der hat gesessen. Ähm. 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 Doll. So. So. Bringt mal das was. Ne, bringt mal nicht wirklich was. Ähm. Ich könnte höchstens Dead Eye Shot. Oh, das hat sich doch gelohnt. Oh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und er hat immer noch einer. Okay, gut. Kann er mal vorbeischießen. Ähm. So kommen wir hierher. Was machst du? Oh, yes. Oh, 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 oh. Dann müssen wir mal was machen. Das ist nicht gut, was der davor hat. Eiger. Wir müssen ja schon laden. Das wäre ganz wichtig. Ähm. Was ist das hier? Headshot. Ne, das brauchen wir jetzt eher nicht. Blitz kannst du was tun. Dann musst du dich doch platt haben, sonst komme Drohne. Der macht nämlich viel dadurch. Ich muss schon mal näher ran am Böschte. Okay. Okay. Blitz. Ähm. Hilf mir mal. Denner hier so markiere. Naja, egal. Ist nicht so toll. Ah, okay. Gut, gut. Dietrich. Ähm. Elektro Korb brauchen wir jetzt eher nicht. So. Weil irgendwann müssen wir eine Jummo kille, würde ich sagen. Einmal frei. Oh, oh. Ne, 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 ne. Das ist, das ist ungut. Was? Nein. Ist nicht ja blöd. First wave of drones. Ähm. Nicht gut. Okay. Ähm. Ich muss hier rinnen. Zwei. Zwei. Kannst du. Kannst haste machen. Das ist gut. Das verstehe ich ja gar nicht gut. Ich habe noch einen Move. Dietrich. Ähm. Aced kostet leider zwei. Das muss jetzt leider Sinn. Und jetzt halt hier. Und dann samt es mal her. Es ist ein passenderes. Ich muss hier was tun. Ehrlich gesagt. Drei. Die. 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 und der muss sterbe so was von eben erst probieren wir einfach mal leider nicht das ist total ungut second wave of drones nicht gut überwurte ich glaube es hackt das sind das noch nie kepp braucht man hat auch eiger eiger ich glaube es nicht dem du musst hier dringend hier weg das hat sich gelohnt immerhin diese armo vorbei nicht gut nicht gut was soll das mädchen so der spaß die macht nichts mehr so ich habe hier die schrotflint wow so elektrochor das ist sowohl ein witz oder ach au mir und dann über drauf ist so nicht so nicht zu schlecht dann ne momentan was ist das doch noch mal probier mal einfach move ich hab mal Glück oh yes cannot move das ist doch richtig cool dann würde ich sagen machen wir mal mark lande ne burst shot wow das ist doch mal weniger gut äh hallo was ich glaube es ist ein schlechter Witz oder was hallo ähm das ist jetzt ganz ungut so ähm Plitzi ich möchte erst mal noch oh warte mal so du musst erst mal helfen Dietrich was machst denn du nicht viel der muss endlich wow endlich ist der durch weg du das ist gar nicht nett äh hallo ah ok das war schon besser du musst jetzt was ganz dringendes machen ähm 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 wow wow das war gut ähm äh 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 super ok das ist wenig ins App ist das do dead eye will ich denn vorbeifießen zack ähm der gute herr kommt wohl hierhin der gute herr kommt wohl hierhin so der ist auch noch bei uns das ist schon mal gut ok ok ich würde sagen ich würde sagen wir machen mal nur lade und ok blitz fangen wir mal kurz bei dem an na nachladen bitte Dietrich kommen wir wieder hierher so Eiger ähm 60% nicht so gut 66 60 oh das war doch cool das war nicht cool ähm so ei 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 das kann ich schon tun aber nicht viel ähm oh Gott ich gucke gerade auf die Uhr mir dann wieder höllisch über Zoo würde ich sagen ähm aber sowas von was sowas von müssen wir eigentlich jetzt hier Cut machen Drone Control Sender das sehe ich nicht ähm ich glaube das machen wir wohl auch beim nächsten Mal gucken wir mal wie es hier wohl weiter geht bis dahin dann bye 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 dasählt bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020